So, dann starten wir mal hiervon. Eine kleine Glunze. Traut Jörg sich nicht mal zwei Meter alleine zu fahrt, dann fahren wir zu den gewöhnten Mühlen. Nicht an. So, das war ein schönes Plätzchen mit Badengästen noch. Ostsee bei 20 Grad Wassertemperatur. Das würden wir in Konsum ranfahren. Wir haben kein Wasser mehr. Jetzt rechts ab hier. Ja, dann weiß ich nicht. Bitte dem Straßenverlauf 17 Kilometer folgen. 17 Kilometer über der Ostsee. Von Menschen ins Wasser. меня gefällt. Wir haben gross in Nósやってintradyskule mit Love Sure Blot. Ja, dieands Positive Himmelsut Wallen mit Baden ipad. Wenn wir das immer wieder aufbauen, dann kriege ich das. Im Kopf auf den Bet它的 bester. Das ist alles schwarz. Ich glaube, dass wir schon da werden. Deswegen war eigentlich nichts da. Wir haben jetzt ein bisschen den Trecker hier. Und den finden wir. Schauen wir uns das jetzt mal an. Hier gab es schön Farmers-Sup zum Bedacht. Sorry! Und jetzt zu Panga Stalkes. Gucken wir uns noch mal schön die Mühlen an. Und das ist ein bisschen zu sehen. Und das ist ein bisschen zu sehen. Und das ist ein bisschen zu sehen. Bitte dem Straßenverlauf 26 km folgen. Keine orthodoxe Kirche. Keine orthodoxe Kirche. Keine orthodoxe Kirche. Keine orthodoxe Kirche. Längst in dem Konsum waren wir heute einkaufen um halb 10. Und schön hat Bier auf dem Laufband gehabt. Da sagt sie erst ab 10 Uhr. Gibt es hier Alkohol zu kaufen? Auf Samea. Am Panga Cliff. So, ich gehe jetzt loslatsch mal, so wie er raus sieht. Dann müsste bald er ziehen. Schauen wir mal, wie später das ist. Das ist kurz vor 4. Ja. 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 Da werden wir mal losmaschieren in die Richtung. Endlich konnten wir hier runter. Jetzt gibt es Picknick. Und dann latschen wir hier lang zurück. Circa 2 km würde ich mal sagen. Oder 3. Bald ich ziehe. Schluck mal rum. Und da hinten geht es weiter. Da wollen wir aber nicht lang. Sondern umgedreht. Ja. 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 Ja.